ja servus und hallo zu einer neuen folge aus der sudküche immer noch ein kadett wie ich im letzten video gesagt haben will ich die heizung das gehäuse für den lüfter fertig machen habe ich fertig ist drin sieht man hier am klebeband das sitzt der motor kann ich also in und ausbau wechseln halterung vom plastik ist gemacht muss nur noch wenn ich es am atöbrett ausbaue halterung am auto anschweißen dass ich das festschrauben kann dann habe ich eigentlich wollte ich heute die abdeckung da oben fertig machen dass ich mit schwäßen fertig bin und eine neue oder so gespachtelt gefüllt je nachdem so war der zeitplan aber ich muss ja immer weiter denken wenn ich jetzt der motorraum das fertigwäße fertig machen am schluss fehlt mir irgendwo für spritleitung bremsleitung oder irgendetle nicht geht fehlt mir halter das kacke so also habe ich heute angefangen das erste was ich gemacht haben war ja das gehäuse inbauen funktioniert passt ist dicht alles und dann habe ich mal position überlegt für mein bremsleitungs verteiler da kommen die zwei druckminderer drin und da ich schon nur zwei abgehen am hauptbremszylinder habe aber vier brauche fürs auto gibt es so richtig geiles teil von opel gibt es im c-cursor und d-cursor da gehen dann zwei rein und vier raus hat nummer drauf kann man überall in baue richtig geil ist er noch nicht immer so teuer und hat natürlich die anschluss im m10 morenz eine ganz normale bremsleitung wie obel hatten dann eben im zwölf morenz sowie ob wir gerne manchmal inbaut nachdem ich dann die position gefunden habe ich müsse das stück was fertig war auf der fahrerseite noch ein bisschen sauber machen und halteranschweße also schraubanschweße ne mutteranschweße wo dann später raus stehbolze rin kommt mit der hutmutter die wo mich kenne wo das auto schon öfter gesiert ich habe so faible für später raus alles in edelstahl zu machen mit hutmutter und das ist halt richtig gut aussieht es ist nicht einfach das ist immer so man muss halt weiter denken so für die bremsleitung die klipse habe ich schraube angespäßt um die truff zu stecken und die waren dann später noch so weit gekürzt damit die hutmutter das schön hatte das ist aber später raus so ich habe das gemacht habe dann die bremsleitung angefangen zu machen habe man auf den verteiler blog habe ich mal drauf geschrieben dass ich welche was in gang ist wo was hingehen soll und damit ich einmal diagonal bremser lachen das werbe ich mal das draufgeschrieben dass ich nicht immer überlegen muss habe es halt nur spiegel verkehrt jetzt ja war anders gedacht wie es draufgeschrieben aber jetzt habe ich spiegel verkehrt also sehe ich das so wie wenn ich vor das auto gucke und dann passt das so nachdem die bremsleitungen fertig waren also sind jetzt alle fertig das heißt von meinem hauptbremszylinder andere verteiler block die zwei sind fertig dann sind die zwei die bis unten ans botteblech gehe für die hinterachse sind fertig da sind dann verbinder drin ab dort geht es nur hin dann ist beifahrer seit vorne ist fertig bis neben wo der bremsschlauch dran ist und die fahrer seit vorne ist fertig bis dort hier wo der bremsschlauch ist die später ohne noch etwas zu bieten damit die passen ist ja kein problem so das heißt brems soweit dürfte bis die leitungen noch hin abgeschlossen dann habe ich angefangen meine spritleitungen zu legen die muss ja auch auf die fahrerseite habe ich auch zwei halter dran gemacht habe so wie ich es gerne mache mit den schellen mit gummi die dann festgeschraubt die gehen jetzt auch noch bis ungefähr unter der sitze das sind die original steckverbindungen wie opel hat die behalte ich bei habe ich vorne die kurzen stücke und der rechte hinten kann ich dann anstücken und nach hinten fertig bauen dass ich die hände auch noch ähnere kann wenn es an der tankumbau geht was später rauskommt jetzt wird erstmal das was dort steht fertig gemacht ja so und natürlich habe ich mein kupplungsgeberzylinder vom motor abgemacht eine leer gelassen und hat den gebaut weil bei dem ganzen geschehen ist natürlich die leitungen von der kupplung nicht zu vergessen weil nicht dass ich alles fertig haben und krieg die leitung denn weil genau wie der kupplung habe ich schon eine ganze aufwand jetzt gemacht wo ich schon jahre vor mir her schieben und warum habe ich denn der scheiß so gemacht dass alles weg ist so sieht kompliziert aus vielleicht bisher sieht es aus aber ich kann alles ausbauen das heißt wenn ich jetzt hier gehe und fahre und irgendwann ist mein lenkgetriebe kaputt gehe ich hin mache meinen spurstand unten ab mache meine schraube vom lenkgetriebe ab mache vorher die servoleitungen ab mache innen drin mein lenksoil ab und dann kann ich das servolenkgetriebe ausbauen ohne in irgendwas noch weg bauen zu müssen um da dran zu kommen und das war nicht einfach ja auf der scheibe hier hinten hängt der zettel da steht noch gar nichts drauf weil da schreibe ich drauf was ich zuerst ausbauen von unten nach oben damit ich später beim inbauen den zettel nehmen kann und von oben nach unten die sache so inbauen damit zu funktionieren weil ich habe kein bock irgendwas inzubauen wieder ausbauen zu müssen weil irgendwas anderes nicht passt also passe schon aber vom inbau her hat ja alles sei richtung das heißt wie soll ich es nicht lehren ich habe sechs bremsleitungen und die habe ich noch gebaut das heißt die erste bremsleitung war im auto und dann sind die anderen gekommen das heißt wenn ich hier gehe und die sechste inbauen also die letzte inbauer krieg ich die wo ich zuerst gebaut an die mir drin und das ist halt so die reihenfolge wo man dann ich hoffe ihr verstehen das also in meinem kopf klingt es wunderbar richtig gut und ja ich zeige euch das jetzt dann gucke ich noch nach dem sprit leitung halter habe ich zwei variante der mann da bcc hat ja in die kommentare geschrieben dass er das projekt gerne unterstützen wird zeige ich dann gleich wenn ich noch mal darauf zurückkomme die halter kann er sich angucken dann kann man ja sagen ob er was in der art hätte so ich zeige euch mal kurz so so sieht im moment der motorraum aus hier her fällt hat noch eine halterung mit einer klipse für die bremsleitung wie hier das sind zwei alte die werden später noch getauscht gehe zwei neue ja das lüfter kasten halterung gehäuse ist drin mein hauptbremszylinder mein bremskraftverstärker ist alles drin so dann gehen wir mal rein so noch mal hier alles so genau ich habe secret ich weiß jetzt wie der autofokus ausgeht es funktioniert jawohl ein erfolgserlebnis also mein lenkgetriebe hier ohne sehen wir die zwei verbindungsstücke hier für die hinterachs die lave hoch hier rüber hier auf mein druckminderer hier kommen vom tunnel raus die zwei sprit leitungen hier da muss ich noch gucken da gibt es so messing fittings für rin also hülse die ich drin drücke damit beim wenn ich den schlauch drauf mache und die shelf festziehe damit sich das plastik nicht verträgt die zwei leitungen sind hier mit so einem halter klammer verbunden finde ich sieht besser aus kann wenn ich wackele mein druckminderer für die hinterachs das ist der sogenannte block der verteiler block da ist dann hier hinten drin an der spritzwand jetzt nur mit zwei drei punkte die mutter angeheftet die wird später noch ein bisschen schöner verschwäst nächste stehbolze und hier ist die hut mutter so ist jetzt noch normale kommt später andere habe ich hier und hier immer mal zulauf leitungen jetzt schwer zu sieht die da läuft daher ist die obere die obere geht da her geht da in der bremskraftverstärker die hintere läuft da rum da runter läuft direkt unter die obere also ist die zweite von oben läuft da her geht da rum hier hoch und hier vorne rin und genau wie der im anschluss ist hier die kohle die ich drin gedengelt habe so das ist meine zulauf leitung für den verteiler block in einer axt habe ich euch schon gesagt dann geht hier meine vorderachs geht raus in der tunnel hier rüber hier ist ja der auspuff und die schraube habe ich extra so lange damit ich später eventuell aus alublech oder so aus gfk abdeckung machen kann hier drüber damit kehits vom auspuff dran kommt oder so vielleicht ab bis hier rüber keine ahnung muss gucken wird halt vielleicht gut aussehen oder ich los so weil der auspuff durch ewige das entscheid sich später so und dann haben wir ist jetzt ein bisschen komplizierter das ist vorne links also nicht wundere die sind spiegel verkehrt das durch später noch ähnere man die durch mit schlagzahlerinnen mache damit ich das sei immer sie und nicht verwechseln kann originales eingeschlagen also kann ich es armere die geht hier runter ganz nur ohne ja wieder die verbinde läuft ohne rum und die muss natürlich hier unten drunter läuft hier hinter der servoleitungen hier rüber hier drin und sind dann ungefähr mit verbunden da sind deshalb schon sagen die spritleitungen plastik und da ist ja die ansauchbrücke ist ja hier oben da gehen hier die spritleitungen so und dann gehen einfach zwei schläuche neben rüber und soweit sollte das dann gut aussehen ja meine servoleitungen sind drin die zwei halter habe ich falsch gedacht die muss ich noch mal abflexen wollte ich eigentlich die machen war der meinung dass die neben einer lave aber lave übereinander sind aber fest das ist jetzt mein lenkgetriebe weil das ist nur angeschraubt nicht fest geschraubt das sagen wir es noch mal von draußen so ich finde das sieht gut aus sieht er sauber aus daneben wenn ich von der seite gucke bisschen kompliziert aber ist es alles drin also ganz vergess meine kupplungsleitung die habe ich oben drüber die ist hier ist halt nicht jetzt das schönste weil die farb sich schon ein bisschen löst aber die funktioniert und da gibt es ja so richtig für die leitungen gibt es so schwarze klipse die miteinander verklemmt sind ich weiß nicht wie man die nennt und die sich drehen können die kommen dann hier drin damit es hier gehalt wird und kann ich hier ab machen hier ab machen und dann kann ich hier oben ausbauen der zylinder kann ich also außen in baue das funktioniert alles wunderbar so dass das war es jetzt soweit bis daher von heute jetzt zu den benzin leitungshalter also im moment habe ich jetzt eine moderne drin ich glaube der ist vom omega und b omega wäre eine möglichkeit aber was ich gern hätte sind diese hier original nummer steht keine drauf steht nur pom und sonst kann ich keine nummer erkennen außer 14 die da hätte ich gern also falls er der mann da bcc schlappen so gehen es kaputt so also falls der mann da bcc king glaube ich höchste ja wo gesta kommentiert hat falls er so will er hatte paar ich würde mich freuen weil der aktiv kohle filter kommt vor die hinachs nämlich unter der kotflügel ja also wie gesagt falls jemand von euch diese klipse hat wäre super ich spreche noch ein paar und ja am kartett geht es die nächste da dann weiter dann will ich der luftschacht fertig haben die halterungen eben noch auf der beifahrerseite machen wo der klips hier kommt und dann wird alles ausgebaut kommt schon in der kaste kommt raus dann tue ich den motorraum vorbereitet zum lackieren alles ja sobald der schacht dann da oben fertig ist kommt der amateurbrett alles wieder raus wenn man die lächer von innen zugeklebt heizung bleibt noch drin weil ich muss ja noch den anschluss machen das kommt dann ganz am schluss raus und dann dürfte eigentlich so langsam auf die ziel gerade geht dass ich sagen wir bauen jetzt der motor in was muss ich dann noch machen kabelbaum inbauer motorkabel baum ja schwierig wird noch mit dem amateurbrett kabel baum weil ich ja den originale vom gsi handel der kommt dann ins amateurbrett drin und muss dann gewisse kabel umlegen so zum beispiel mein lüfter also für die heizungslüfter die kabel aber ist ja kein problem ich lege die oder muss ja nur original denn der kabelbaum lang gehen bis dort hier wo mein kontaktschalter ist für mein handschuhfach und dort fünf sechs zehn zentimeter dran dort neben der lüfter das passt ja das dürfte 10 zentimeter dürfte reichen so dann muss ich muss ich noch um lehre eigentlich nichts doch anlasser kabelbaum dass es da vorne aus der tülle rauskommt sieht man jetzt schlecht da ohne das loch das doch rauskommt aber das kann ich ja dann wenn der schon immer amadeurbrett und im auto drin ist dann kann ich das machen weil das ist ja ohne längs soll raus dann komme ich ja ohne hat ihn dann kann ich ja die kabel umlegen wir gehen ja normal glaube ich wenn ich drin hocke links neben der längs soll raus ich glaube ich weiß es gar nicht mehr und jetzt müssten sie noch rechts oder so also ist es nicht viel umlegen ja muss nur gucken da ich noch eine zentralsteckerin mache der durch die tülle geht beziehungsweise zentralstecker im innerraum mache so trainer wie ich habe muss ich gucken das entscheid sich dann wenn ich dort dabei bin so das war's bis daher wenn es euch gefallen hat abonniere nicht vergessen es teile und like und ja ich würde sagen gucken euch vielleicht auch noch älterer an wenn er noch nicht geguckt haben wenn er leider zukommen sind oder wenn er jetzt erst das geguckt hat das video habe auch noch andere sache andere projekte gebaut es kommen auch noch andere es kommen in richtig geiles kommt aber das kann ich jetzt noch nicht verraten und ja wir sehen uns dann im nächste video bis dahin